Meinung ungeschminkt. Heute mit dem deutschen Betriebswirt Karl von Waldstein, der derzeit Afrikawissenschaften studiert. Fatale Folgen der Migration für Afrika. Von Karl von Waldstein. In der angeheizten Diskussion über den Migrationspakt war bisher wenig die Rede davon, welche Folgen eigentlich das Vertragswerk für die Herkunftsländer der Migranten hat. In einem Gastbeitrag des österreichischen Info-Direkt-Magazins beschreibt Karl von Waldstein, welche Auswirkungen der Migrationspakt beispielsweise für Afrika hätte. Hören Sie nun einen Auszug seines Gastkommentars. Wie man Afrika am Boden hält. Der US-amerikanische Anthropologe und Autor Stephen Smith bezeichnete Afrikas Bevölkerungsexplosion als die größte Herausforderung für Europa. Denn ein wesentlicher Teil der Afrikaner möchte nicht in Afrika bleiben, sondern erwägt die Einwanderung in den Westen. Smiths Analyse nach muss sich Europa bis 2050 auf 150 bis 200 Millionen afrikanische Migranten gefasst machen. Zum Vergleich. Europa hat 750 Millionen Einwohner. Westeuropa, worauf ein Großteil der Migranten entfallen würde, 450 Millionen. Mehr als 40 Prozent der Afrikaner würden es vorziehen, in einem anderen Land zu leben, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Innerafrikanische Migration inklusive. Die europäische Antwort auf diesen Zustrom ist der UN-Migrationspakt, der die weitere Beseitigung von Migrationsbarrieren und die kontinuierliche Aufnahme von Migranten vorsieht. Die Möglichkeit, aus den Heimatländern in die westlichen Wohlfahrtsgesellschaften abzuwandern, mindert den Willen und die Anstrengung der Afrikaner, vor Ort etwas zu verändern. Wenn der als einfacher wahrgenommene Weg einer Auswanderung besteht, wird ein Teil der Bevölkerung diesen einer langwierigen Beseitigung der Probleme vor Ort vorziehen, deren Erfolg ohnehin ungewiss ist. Denn wer wandert schlussendlich aus? Hierbei ergeben sich die Probleme der tatsächlichen Abwanderung. Eine sich gerade erst bildende Mittelschicht. Denn die Auswanderung kostet zu viel für die ärmeren Schichten, die von der Bewirtschaftung nur zur Selbstversorgung leben. Smith hierzu? Gestern zu arm, um auszuwandern, machen sich heute die Massen an der Schwelle zum Wohlstand auf den Weg ins europäische Paradies. Wachsender Wohlstand und Schulbildung fördern also, ironischerweise, die Migration in Afrika. Die Auswirkungen auf die Herkunftsländer sind fatal. Die jungen Staaten werden einer sich bildenden Mittel- bis Oberschicht beraubt, die als einzige imstande ist, die Staaten wirtschaftlich zu tragen und zum Wohlstand zu führen. Das heißt, die Auswanderung beraubt diese Länder ihres zukünftigen Wohlstands. Dieser Brain Drain, der den Verlust der fähigsten Köpfe bezeichnet, führt besonders in grundlegenden Wohlstandssektoren wie der Industrie und dem Gesundheitssystem zu einem Desaster. Schon im Jahr 2000 arbeiteten 75 Prozent der in Mosambik ausgebildeten Ärzte im Ausland. Im ganzen Raum südlich der Sahara waren es immerhin 28 Prozent. Äthiopien verlor in den letzten zehn Jahren drei Viertel seiner Fachkräfte. Nigerianische Einwanderer stellen die bestausgebildetste Einwanderergruppe der USA dar. Der Brain Drain hat einen doppelt negativen Effekt auf das Auswanderungsland. Einerseits wird das Land seiner Fachkräfte beraubt, die ein Wohlstandswachstum herbeiführen könnten. Andererseits geht dabei auch das in die Ausbildung dieser Fachkräfte investierte Geld verloren. Ein weiterer negativer Effekt der Migration ist die Destabilisierung einzelner Länder, die auf den Migrationsrouten liegen. Die Masse an Migranten erschüttert die sozioökonomischen Verhältnisse an Durchgangspunkten und fördert die Entstehung krimineller Strukturen, die die Schleusung der Migranten bewerkstelligen. Die dargestellten Probleme zeigen die fatale Wirkung der europäischen Politik auf den afrikanischen Kontinent. Ein Kontinent wird seiner aufstrebenden und gesellschaftlich wie wirtschaftlich stabilisierenden Köpfe und damit einer blühenden Zukunft beraubt. Europa wie Afrika sollten im jeweiligen Eigeninteresse ihr Möglichstes tun, um Migration unattraktiv zu machen. Soweit aus dem Gastkommentar von Karl von Waldstein. Wir schließen diese Sendung mit einem Zitat des senegalesischen Rappers Matador. Die Leute müssen verstehen, dass es dort, in den europäischen Ländern, oft härter ist als hier. Und wir verlieren einige unserer fähigsten Köpfe beim Aufbau unseres Landes. Oft für nichts. Migrationskrise als Verschwörungstatsache Nachfolgender Beitrag befasst sich mit dem Bevölkerungsaustausch durch Migration. Bei der Flüchtlingskrise handelt es sich nicht um eine zufällige Entwicklung. Das ganze Szenario wurde vielmehr von langer Hand geplant und von Eliteleuten wie etwa George Soros gezielt eingefädelt. Nachfolgende Zitate beweisen, dass unsere Völker für diese Globalstrategen nicht mehr wert sind als etwa kleine Bauernopfer in ihrem großen Schachspiel. Doch sehen Sie gleich selbst. Drahtzieher Bekenntnisse Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass selbst vorsichtige Kritiker der momentanen Massenmigration durch Politik und Leitmedien zugleich als Rassisten oder Hetzer verschrien werden. Erkennen Sie nun aber an ein paar kleinen Statements großer Drahtzieher der gegenwärtigen Migrationskrise, von wem der tatsächliche Rassismus ausgeht. Er entspringt diesen internationalen Führungsfiguren und höchsten Würdenträger der globalen Politik, denn diese führen das Thema Rasse und Homogenität der Völker ständig in ihrem Munde. Und zwar mit der Absicht, die Homogenität und die Rasse zu zerstören. Das Ziel all dieser Drahtzieher der Migrationskrise ist immer dasselbe. Die gezielte Rassenvermischung. Wann immer die Kritiker der bedingungslosen Einwanderung das Thema Völker oder Rasse in den Mund nehmen, werden sie von den Drahtziehern der Migrationskrise dafür verfolgt. Nur die Drahtzieher der neuen Rassenlehre selber dürfen ungestraft über Völker und Rassen sprechen, ohne dabei selber als Rassisten zu gelten. Und dies selbst dann nicht, wenn sie zwanghaft auf die Vermischung aller Völker pochen. Ein großer Vordenker der Europäischen Union war wie besessen von der Idee der Rassenvermischung. Richard Nikolaus, Graf von Kudenhove, Kalergi, begründete 1922 die pan-europäische, das meint eine Gesamteuropa betreffende Bewegung. Er sah die Zukunft einer eurasisch-negroiden Zukunftsrasse als geradezu vorherbestimmt an. Schon 1925 schrieb Kalergi wörtlich, Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äusserlich der Altagyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. Eine derartig ausgewachsene Völkerwanderung des heutigen Ausmaßes war zur Zeit von 1925 noch undenkbar. Folgte Kalergi einer göttlichen Vision oder war er möglicherweise der Herausgeber von Handlungsanweisungen an unsere Politiker? Und wer bekam den Kalergi-Preis? Angela Merkel. Bei der Entgegennahme des Preises meinte Merkel, diese Auszeichnung sei ihr Ansporn, mit ihrer Arbeit für Europa engagiert fortzufahren. Das Kalergi-Konzept scheint ihr Antrieb zu sein, die größtmögliche Vermischung aller Völker und Kulturen voranzutreiben. Jedermann merkt heute, dass Merkel ihre Multikulti- und Integrationsagenda um jeden Preis ungeachtet aller Kosten- und Sicherheitsrisiken für das deutsche Volk durchsetzen will. Wer diese Fakten und Zusammenhänge rund um die Flüchtlingskrise studiert, erkennt, dass dieses Szenario von langer Hand geplant und von Eliten wie George Soros eingefädelt wurde. Der US-Militärstratege Thomas P. M. Barnett sagte, Zitat, Wer sich gegen die globale Ordnung stellt, soll getötet werden. Thomas P. M. Barnett, ein Elitemann des US-Militärs, Stratege und Forscher, meint, Um den Frieden in der Welt zu erhalten, sei es notwendig, das reibungslose Funktionieren von vier sogenannten Strömen sicherzustellen. Die da sind, erstens Einwanderung, zweitens Kredite und Investitionen, drittens Energie, hauptsächlich in Form von fossilen Energieträgern wie Gas und Öl und viertens Militärmacht und Sicherheitskräfte. Barnett behauptet, dass, wer sich gegen Rassendurchmischung und multikulturelle Systeme wende, unmoralisch und nicht zeitgemäß handle. Und all jenen, die Widerstand gegen die Globalisierung leisten, will er den Garaus machen. In Blueprint for Action macht er auf Seite 282 deutlich, wer sich gegen die globale Ordnung zur Wehr setzt, soll getötet werden. Peter Sutherland, UN-Sonderberichterstatter für Migranten, wörtlich die Homogenität der Völker zerstören. Am 30. September 2015 veröffentlichte der Rat für auswärtige Beziehungen ein Interview mit Peter Sutherland. Der ihre ist Sonderberichterstatter des Generalsekretärs der UN für Einwanderung und Entwicklung. Sutherland ist Mitglied der Trilateralen Kommission, war in der Leitungskommission der ominösen Bilderberger Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzender von Goldman Sachs. Hier wird wieder deutlich eine Vernetzung von Finanzindustrie und Politik sichtbar. Sutherland sprach über widerliche Tweets im Internet, die bei ihm hereinkommen. Er sagt, je widerlicher sie werden, desto erfreuter bin ich. Denn jeder Idiot oder Nicht-Idiot, der die Tweets liest, die besagen, dass ich dazu entschlossen bin, die Homogenität der Völker zu zerstören, hat verdammt Recht. Ich bin dazu entschlossen. Wenn ich es morgen tun könnte, würde ich es tun. Inklusive meines eigenen Volkes. Und was sagte Nicolas Sarkozy zu dem Thema? Zitat Das Ziel ist die Rassenvermischung. Der Ex-Präsident des EU-Staates Frankreich sagte schon am 17. Dezember 2008 in Plesson, einem Stadtteil von Paris, unverfroren. Was also ist das Ziel? Das Ziel ist die Rassenvermischung. Die Herausforderung der Vermischung der verschiedenen Nationen ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Es ist keine Wahl. Es ist eine Verpflichtung. Es ist zwingend. Wir werden uns alle zur selben Zeit verändern. Unternehmen, Regierungen, Bildung, politische Parteien. Und wir werden uns zu diesem Ziel verpflichten. Wenn das nicht vom Volk freiwillig getan wird, dann werden wir staatlich zwingende Maßnahmen anbieten. Der EU-Kommissar Franz Timmermans plädierte wörtlich, monokulturelle Staaten ausradieren. Franz Timmermans, erster Vizepräsident der EU-Kommission und EU-Kommissar, forderte in einer Rede, während des sogenannten Grundrechte-Kolloquiums der EU im Oktober 2015, die Mitglieder des EU-Parlaments auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, monokulturelle Staaten auszuradieren und den Prozess der Umsetzung der multikulturellen Diversität bei jeder Nation weltweit zu beschleunigen. Die Zukunft der Menschen beruhe nicht länger auf einzelnen Nationen und Kulturen, sondern auf einer vermischten Superkultur. Kein Land solle der unvermeidlichen Vermischung entgehen. Vielmehr sollen die Zuwanderer veranlasst werden, auch die entferntesten Plätze des Planeten zu erreichen, um sicherzustellen, dass nirgends mehr homogene Gesellschaften bestehen bleiben. Und das Ziel der Vereinten Nationen ist? Bis zu 180 Millionen Einwanderer für Deutschland bis 2050. Deutschland wurde geraten, seine verheerende Geburtenrate von 1,3 Kindern pro Frau durch massive Zuwanderung zu kompensieren. Der UN-Globalstratege William Swing sagte dazu, Zitat, Migration in großem Ausmaß ist wünschenswert. Der einflussreichste US-Think-Tank, also Denkfabrik, für die amerikanische Politik ist der Council on Foreign Relations, kurz CFR. Am 30. September 2015 veranstaltete der CFR eine Tagung namens Eine globale Antwort auf die Flüchtlingskrise im Mittelmeerraum. Zu der Teilnehmer aus der Think-Tank-Szene, den Medien, der Wissenschaft, den Nichtregierungsorganisationen und Politik herbeiströmten. William Swing, der Generaldirektor, meinte zu Peter Sutherland, Peter, sie gründeten die WTO, die Welthandelsorganisation, und zwar wegen des freien Verkehrs von Kapital, Gütern und Dienstleistungen. Wodurch passiert das? Durch Menschen. Es gibt aber noch keine freie Bewegung von Menschen. Und das ist das Element, worüber sie sprechen. Was tatsächlich noch fehlt? Migration in großem Ausmaß ist unvermeidbar, notwendig und wünschenswert. Als erstes müssen wir das öffentliche Narrativ, die Erzählung und Darstellung über Migration ändern. Jetzt ist es toxisch. Es ist giftig. Migration hat einen schlechten Namen. Die Menschen haben Ängste. Wir müssen ihnen erzählen, dass sie, also ihre Ängste, nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert Massenmigration nach Europa. Der neue UN-Generalsekretär Antonio Guterres gab kürzlich in aller Deutlichkeit zu verstehen, dass die nach Europa drängende Migration nicht aufzuhalten sei. Die hiesigen Politiker sollten daher den mehrheitlichen Wählerwillen ignorieren und sich auf die unabsehbar kommende Entwicklung einstellen. Guterres war es auch, der betonte, dass die europäischen Staaten nach seiner Auffassung kein Recht hätten, ihre Grenzen zu überwachen. Man müsse jedes europäische Land dazu zwingen, die mit der Massenmigration einhergehenden Lasten zu teilen. Guterres wörtlich, wir müssen davon überzeugen, also die Europäer davon überzeugen, dass die Migration unausweichlich ist und dass es multiethnische Gesellschaften sind, die auch multikulturell und multireligiös sind, die den Wohlstand erzeugen. So sprach dieser von 1999 bis 2005 amtierende Präsident der Sozialistischen Internationale. Und was haben die französischen Freimaurer damit am Hut? Französische Freimaurer fordern offene Grenzen. Es ist bemerkenswert, dass 28 Freimaurerlogen Europas in einer gemeinsamen Presseerklärung vom 7. September 2015 offene Grenzen für unbeschränkte Zuwanderung fordern und damit eine Übereinstimmung mit den offiziellen Strategien der EU und der Regierungen der meisten Mitgliedstaaten offenbaren. Die Überflutung der Europäer mit Migranten scheint für die deckungsgleichen Ziele von der Freimaurerei und politischen Entscheidungsträgern eine außerordentliche Bedeutung und Wichtigkeit zu haben. Wie steht die Bundesregierung dazu? Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekennt sich zum Umsiedlungsprogramm. Die deutschen Ämter machen keinen Hehl daraus, dass sie das gängige Asylverfahren mit raffinierten rechtlichen Tricks umgehen. Auf seiner Webseite schreibt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, offen darüber, wie es durch eine von der UN veranlasste Maßnahme namens Resettlement, zu Deutsch Umsiedlung, die grundgesetzwidrige, sogenannte dauerhafte Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittstaaten ermöglicht. Die gesetzliche Lücke, die sich das BAMF zunutze macht, ist § 23 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz. Kommen wir zum Schlussfazit. Bei der ganzen Migrationswelle handelt es sich also um einen gezielten Plan und nicht bloß um eine Verschwörungstheorie. Zitat Peter Sutherland, UN-Sonderberichterstatter für Migranten. Ich bin dazu entschlossen, die Homogenität der Völker zu zerstören. Untertitelung des ZDF, 2020